Servus Leute und willkommen zu einem ganz kurzen Ankündigungsvideo. Ja, wir streamen heute wieder live. Wir sind gerade mittendrin. Ihr seht da, vier Leute oder fünf Leute sind schon am Server und spielen mit uns. Auf der Banticum App, die Mods gibt es nachher im Stream. Einfach im Chat nachfragen, es wird dann sofort gepostet zum Downloaden. Spielt mit, kommt vorbei. Wir brauchen einige Leute. Wir haben noch einiges zu tun. Wir haben, ihr könnt schon einiges im Lager, wenn ihr da jetzt gerade gesehen habt. Aber das ist eigentlich nicht das Wichtige, sondern eigentlich das Wichtige ist. Und wir haben noch die drei Fälle hier zum Trashen. Und danach alles wieder anzusehen, beziehungsweise zu Grubbern anzusehen und so weiter und so fort. Und dafür brauchen wir einige Leute. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vorbeischaut. Und wir sehen uns dann im Stream. Wir sind schon live dran, wenn nicht das Video rauskommt. Einfach vorbeischauen, natürlich wieder auf hitbox.tv. Bis dann, tschüss.